In meinem Leben zählte nur eine einzige Sache. Das Boxen. Das Thai-Boxen. Ich wollte meine Chance. Wir haben uns entschieden, und zwar für Patrick. Wichser! Ich hatte die Kraft dazu. Und auch die Wut. Ich hatte einen Fehler gemacht. Mit den Boxen war es vorbei. Angelo, scheiße, du bist seit sechs Monaten draußen und gibst kein Lebenszeichen von dir. Haukst nur in deiner Höhle. Ohne das Boxen konnte man mich abschreiben. Wir müssen uns mal an der Hand. Wir müssen uns verhalten. Free Fight. Eine Kombination der besten Techniken. Du kannst einer der besten werden. Sie sind wie ein Engel. Woher kommst du? Also bin ich keine Nutte, okay? Und jetzt mach, dass du wegkommst. Hau ab! Ist das ein Kracher? Achte besser auf deine Leute, Marcus. Du bist mich in den Arm. Ich will mich um dich kümmern. Du verdirbst mir, mein Junge. Du wirst Angelo vergessen. Er ist beeindruckend. Siehst du den Typ da? Wer nicht schafft, einen Kampf zwischen euch zu organisieren. Es ist vorbei mit dem geheimen Kämpfen und dem ganzen Mist. Zuschlagen, zuträgen, kaputt hauen. Mit meiner ganzen Wut. Den Kloß in meinem Bauch loswerden. Ich wollte ein wildes Tier werden. Ich wollte wieder der Skorpion sein. Du bezahlst mich fürs Kämpfen? Also werde ich kämpfen. Ich werde nicht betrügen. Soll ich dich ersetzen? Willst du wieder nach unten? Das ist mir scheißegal. Ich bin schon tot.